Warum? 3 3 2 1 2 Mit Strom ausgeschaltet, zumindest für da unten, oder? Da habe ich jetzt noch mehr ausgeschaltet, da habe ich irgendwas... Kriege Angst Draußen niest einer ganz laut T Sie haben versucht sich hier zu schanzen, würde ich sagen, ne? Das ist schwierig A-King E-Card für A-King Must be broken Time is not a river Auch schon genesen Zirkel must be broken Zirkel muss erschlagen werden Time is not a river Zirkel Ha- Zirkel 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 Ist einer jetzt? Was war das? M. Nielsen King würde ich sagen E. Fairfield A. King O. K. Larkin A. King Ein sehr selbstverliebter Mann, würde ich sagen das ist ein proje auf der je ein paar kacke lachen das ist eine zweite wand oder so ne ich dachte das scheint unten durch das sieht nur so aus zeit worden cliff durchbruch in meteorologien forschung regen versorgt helios mit strom land need researcher albright king führt neue möglichkeit der stromerzeugung an bord der helios ein und general electric expandieren weiterhin in südostasien a quarter e ivanov e fairfield in dieser fairfield ich hab mal gespannt anonyme notiz wir wissen was du getan hast du was wir sagen wie wir es sagen wann wir es sagen ohne wir stehen sicher dass deine tage auf der helios gezählt sind wir bleiben in kontakt der symbol in jas und elisas notiz mein zuhause die helios ist der einzige ort an den ich wirklich gehöre er gehörte dieses schiff hat mich akzeptiert ich kann nicht in worte fassen wie wie es ist das ganze leben lang zu leiden ohne auf akzeptanz oder eine art seelenverwandtschaft zu treffen aber an bord der helios fand ich nicht nur seelenverwandtschaft sondern auch freundschaft ich habe eine familie gefunden und jetzt ich habe die einzige familie zerstört die ich je hatte ich bin alleine erneut ich hätte nie niemals hier enden sollen trotzdem bin ich hier das seil in der hand das urteil warten an meiner tür ich dachte die barrikade könnte sie wenigstens für eine weile aufhalten so dumm von mir ihre wolken kam ungehindert durch gefolgt von den schreien meiner freunde ich bin der einzige der noch übrig ist alleine erneut so soll es nicht kommen es sollte nur ein den test verzögern nur eine verzögerung das war alles eine verzögerung das als gegenleistung für ihr schweigen damit ich mit meinen freunden an bord bleiben konnte nicht dass es am ende von bedeutung wäre meine schuld wird nicht verschwinden ohne die lösung wird sich nichts mehr ändern wenn du mir vergeben kannst danke ich dir vom ganzen herzen wenn du es nicht kannst habe ich verständnis dafür und akzeptiere dein urteil bin wieder allein es ist alles meine schuld jetzt sich aufgehängt okay das ersatz keykarten für ihr quartier und ihr appartement was hat sie getan ja die liebe freundin von unserer schwester hat sich erhängt krass ziemlich krass wir werden hier mal rausgehen ich glaube jetzt könnten wir eigentlich zu unserer schwester gehen und da passiert auch irgendwas You must be broken. The circle must be broken. Ja, nee. Äh, und tschüss. Musik wird auch gerade schon echt bedrohlicher, ne? Oh nein, falsche Richtung. Oh nein. Ja, wir können doch hier hoch und dann müssen wir doch... Ne, da kam er gar nicht lang, ne? Peter Nein Oh man Dumm Dazu holen wir uns schnell Ah 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 Und wo war'n' das jetzt? Ja, da rüber und dann da. Na, da kommt da irgendwas, oder? Ja. Please work. Yes! Familienfoto der Millers. Thomas Miller mit seiner Ehefrau Agnes und Tochter Elisabeth. Bitte komm schnell zurück, wir werden dich sehr vermissen. Ja. Aber der sah nicht aus wie ein normaler Mensch. Ich fand der sah nicht aus wie ein normaler Mensch. Ziel Joy. D.F. Brown. T.Miller. Ostrock. Anschriftliche Notiz. Giaco. Einige von uns möchten nachts tatsächlich schlafen. Sie müssen nicht damit aufhören, ihre Freundin in ihr Apartment zu schmuggeln. Aber bitte schallisolieren sie ihr Zimmer. Ihre schlaflosen Nachbarn. Peter Archer. Anschriftliche Notiz. Thomas. Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet. Aber es ist hier nicht mehr sicher. Wir haben alles abgeschlossen und sind mit einigen Leuten von Sigma und Delta gegangen. Komm so schnell du kannst zu uns in den Garten. Warte nicht. Geh einfach. Thomas. Dann kommen wir zu unserer Schwester. Ja. Das ist Edas Zimmer. Ich habe nie gelernt, dass sie ihre Zimmer gut gut verleihen hat. Schon wieder dieses Zeichen? Ja. 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 Okay. Du warst immer sehr groß, Ada. Auf Deutsch. Ein neues Fenster erfeuert Zähmen, um die Menschheit über ihre materiellen Grenzen hinaus zu erheben. Okay. Sehr, sehr großes Zimmer, würde ich sagen. Oh, ich habe dieses Bild in Jahren gesehen. Wir waren nur Kinder. Bekramtes Foto von Ada und Rose. Bein jungen Archerl-Mädchen, aufgenommen von ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod. Hey Rose. Wo bist du? Ich habe es in deinem Apartment gemacht. Und wenn wir es aus dem Schiff leben machen, muss ich verstehen, was passiert. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Meine Forschung ist über exploitingen loopholes in der Zeit, so eine Future-Mädchen wird das Buch schreiben, und es wird irgendwann zurückgekommen, um es zu kommen, um dich hierher zu kommen, auf dem Helios. Holy shit! Und ich glaube, ich weiß, wie! Listen, Rose, ich muss Sie holen, etwas sehr wichtiges Forschung. Es ist eine secretie room in meinem Raum. Du findest es? Well, ich mache meinen Weg durch ein anderes Laboratório-Departement. Ich gebe dir eine Clue. Es ist das Center-Stage. Das ist es. Du wirst mich einfach verlassen, um das zu mir selbst herausfinden? Have fun! Oh, richtig jetzt! Ähm, moin Marcel! Ja, mein Bester, alles klar bei dir? Hier ist bestimmt auch wieder ein Symbol, ja. Da ist es. Ein Physik-Diplom, das Ada bereits 1883 verliehen wurde. Ein Grün in Mütter. Ein Grün in Mütter. Okay. Ein Grün in Mütter. 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 Nehme ich irgendwie ducken oder so? Ne. Ich glaube, ich werde mir mal die Symbole hier aufmalen. Nehme ich mal das. Oh Gott. Das haben wir hier hinten ja noch. Nehme ich mal die Symbole hier aufmalen. Nehme ich mal die Symbole hier aufmalen. Nehme ich mal die Symbole hier aufmalen. Ich finde das hier sieht doch schon mal komisch aus, weil das so kaputt ist. Will ich jetzt eigentlich als erstes Darunter reißen Bühnenmitte Ja, ich wusste es Das sieht so sehr danach aus Warte mal Äh, schieben Magnes ist natürlich Wurste Mechanismus, ne? Nee, nicht wahr Das ist ein Bild Ist das ein Bild? Das sehen Sie toll aus Echt, jetzt? Jetzt zeigt er es an Ich wusste, daran ist das Was soll denn das? So, ähm Äh, was? Wo macht er das? Das letzte habe ich gar nicht gefunden Es gibt vier Symbole Ich habe nur drei gefunden Was ja offensichtlich, welches welches ist So, ähm Nein Das ist ja auchwärte Okay, so, ähm So, ähm Das ist ja auch So, ähm Links und links? Links und links muss ich stimmen. Ich schätze mal links und links, weil das einzige, was jetzt übereinstimmt, ist links und links. Die Wellen und der Würfel, bin ich der Meinung. Oder das oben. Ja. 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 Ja.